Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Team-Hunde-Coach-Videoplattform. Diesmal nicht mit Alex, sondern mit mir, Sophie. Ich vertrete uns im schönen Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg. Das heißt, ihr bekommt heute das erste Mal einen Einblick in meine Arbeit. Wir werden heute Anni mit ihrer Hündin Sally begleiten. Ich bin die Anni, das ist die Sally. Die Sally ist vier Jahre alt, kommt aus Rumänien, ist jetzt circa seit drei Jahren bei uns. Sie ist kastriert und wir haben ein Thema mit anderen Hunden, unter anderem auch mit fremden Menschen. Also findet sie total doof, wenn sie da irgendwie in ein Bedrängnis gerät oder so. Hallo. Ja, klar. Bei Sally sieht man eine sozial motivierte und territorial motivierte Aggression. Das heißt, dass wenn man sich mit ihr länger an einem Ort aufhält und länger können 30 Sekunden sein, dass sie dann entsprechend nach vorne geht. Im Ausdrucksverhalten sehen wir dann offensives Aggressionsverhalten. Und da ist es auch noch ein bisschen so, wenn man sich um Tophon zu treffen.